Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht es hier gleich erstmal los mit der dritten Liga und dann kommt die zweite im Anschluss. Ich drehe das heute einfach mal um, weil die dritte Liga sonst vielleicht etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Los geht's mit Unterhachy gegen Kaiserslautern. Viel Spaß, bedenkt es ist nur eine Prognose. Naja, los geht's, bleibt fair in den Kommentaren. Der erste FC Kaiserslautern möchte auch mal wieder einen Dreier einfahren. In den letzten drei Partien hatte das nicht geklappt unter Haching beim Spektakel. Beim 5 zu 4 gegen Jena hatten sie natürlich wieder das Glück auf ihrer Seite. Bei denen läuft es in dieser Saison, auch wenn hier die ersten Möglichkeiten auf Seiten der Gäste lag. Jan Löhmannsröben ist das mit dem ersten Abschluss der Partie. Da war schon fast eine halbe Stunde gespielt und das sagte schon relativ viel über diese Partie aus. Haching erst mal darauf bedacht, hinten zu stehen. Man wollte nicht wieder vier Gegentore kriegen und das lief hier bislang ganz gut. Dafür vernachlässigten sie aber die Offensive, die ja gegen Jena auch gut geklappt hatte. 0 zu 0 also zur Pause in einem eigentlich nominell sehr gut aufgestellten Spiel. Doch die ersten 45 Minuten enttäuschten erst mal. Konnte die zweite Halbzeit besser werden? Wir schauen drauf. Dann über die rechte Seite nämlich Marseiler mit der Flanke. Hesel ist erst mal dazwischen und verhindert Schlimmeres. Doch Dombrovka bleibt dran. Der Abschluss von Kiyomo Zoglu. Dann in der 54. der beste bislang in der Partie von der Spielvereinigung unter Haching. Der ist auch nicht verkehrt, aber im kurzen Eck ist Hesel da. Mischung aus Knie und Fuß hält da den Ball dann fest. Eine Stunde knapp gespielt und wieder unter Haching. Die wurden jetzt im zweiten Durchgang deutlich stärker. Hufnagel mit dem Ball auf Stefan Hain und der bleibt eiskalt. Natürlich bleibt er eiskalt. Zuletzt ein Dreierpack gegen Jena. Er zielt jetzt mit seinem 13. Saisontor. Und Hesel diesmal machtlos flachschiebt da ihn ein. Der ist nicht unbedingt perfekt platziert, aber aus der kurzen Distanz einfach cool bleiben. Und dann macht er das Ganze. Er stand also 1 zu 0. Wie konnte Lautern damit jetzt umgehen? Sie taten sich nicht lange schwer. Auch wenn dieser Abschluss von Theodor Bergmann nicht sonderlich gefährlich. Nicht sonderlich gut war. Das Unentschieden wäre hier jetzt schon drin gewesen. Der Abschluss war dann aber eben deutlich zu harmlos. Und sie taten sich weiterhin schwer. Sie versuchten es aber. 10 Minuten schon vor dem Ende. Schad mit der Flanke. Schad mit der Flanke. Aber Schwabel passte auf. Und der Haching eben davon geprägt an diesem Abend. Die Bälle zu klären. Gut zu verteidigen. Sie hatten in der Nachspielzeit dadurch nochmal die Möglichkeit durch Hain. Sogar auf 2 zu 0 zu stellen. Das taten sie aber auch nicht mehr. Man kann viel dem 1. FC Kaiserslautern gar nicht vorhalten. Nach vorne war das Spiel aber im Endeffekt zu drucklos. Weil Unterharing Klasse verteidigte. Und so retten sie dieses 1 zu 0 über die Zeit. Duell im Abstiegskampf zwischen Braunschweig und Ahlen. Das erste Tor erzielte Philipp Hofmann nach 28 Spielminuten per Strafstoß. Bernhard entscheidet sich spät. Springt dann aber doch in die Ecke und kann dann diesen Elfmeter, der in die Mitte getreten wird, nicht mehr verteidigen. In der 66. Minute machte Philipp Hofmann sein Doppelpack. War ja schon viel gescholten worden in dieser Saison. Eine zu große Abschlussschwäche hatte auch einen Strafstoß schon verschossen. Diesmal machte er es besser, aber es war noch nicht die Entscheidung. Nikola Sessa in der 71. Spielminute mit dem Anschlusstreffer. Das ging aus Braunschweiger Sicht deutlich zu einfach. Dann steht er relativ frei vor Kruse, schießt ihn unten links rein. Und aus der Distanz ist der Torhüter dann machtlos. Tatsächlich gab es dann sogar noch das 2 zu 2. Luka Schnellbacher in der 77. Spielminute mit dem Traumtor an die Latte und von da dann ins Netz. War auch ein bisschen Glück dabei, aber die Braunschweiger verschenken hier eine 2 zu 0 Führung und bleiben weiterhin mit einem Saisonsieg ganz unten im Tabellenkeller stecken. Preuß Münster kann in dieser Saison absolut überzeugen. Trotzdem kassierten sie gegen den hallischen FC in der 11. Spielminute durch Marvin Adjani das 0 zu 1. Sebastian May, eigentlicher Innenverteidiger, aber in dieser Saison immer als Stürmer fast aufgestellt. Mit dem 0 zu 2 in der 21. Spielminute klasse Abschluss. Und da sieht man, dass der es wirklich drauf hat, im Sturm aufgestellt zu sein, ist berechtigt. Als 1 zu 2 in der 30. Spielminute von Martin Kobilanski, der gegen Braunschweiger dreifach traf, der Spieler des Spiels war, machte hier dann eben den Anschlusstreffer und jetzt war auch noch genug Zeit. Es war ja noch die erste Halbzeit. In der 38. gab es auch sogar das 2 zu 2. Moritz Heinrich steht am zweiten Pfosten frei, schleicht sich da allen weg. Marvin Adjani im Hintergrund kommt deutlich zu spät angelaufen. Fahrlässig verteidigt vom hallischen FC und so war Preuß Münster vor dem Halbzeitpfiff sogar schon wieder in der Partie drin. Es ging turbulent weit am zweiten Durchgang. Die Gäste führten erstmal wieder Marvin Adjani mit dem Doppelpack. 50. Spielminute weiter. Weg auf der rechten Außenbahn. Er bekommt aber zu viel Platz und lässt dann aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Schuss. Schulze-Nihus keine Möglichkeiten mehr, den abzuwehren. Doch in der Nachspielzeit kam nochmal Kevin Rodriguez-Pires und sicherte den Münsteranern zumindest. Ein Punkt geht unter dem Strich auch in Ordnung. Es war eine tolle, eine spannende Partie mit eben auch sechs Toren, die kein Sieger oder kein Verlierer verdient gehabt hätte. Und so geht diese Partie zwischen Preußen Münster und Halle mit 3 zu 3 zu Ende. Die Niederlage beim KSC schmerzte den TSV 1860 München Anhängern sehr. Bei dieser Traditionspartie hätte man sicherlich gerne einen Punkt oder sogar einen Dreier mitgenommen, aber es reichte nicht dazu. Jetzt sollte man zu Hause an der Grünwalder Straße gegen Zwickau mal wieder einen einfahren. Grimaldi hatte auch die erste Möglichkeit. Nach einem Eckstoß ist das kein verkehrter Kopfball, aber Brinkis hält den Ball ohne Probleme fest. Jetzt wurde mal der FSV Zwickau in der Frühphase dieser Partie vorstellig. Reinhard, guter Ball auf Schröter und der ist eiskalt. Erster Torschuss für Zwickau, erstes Tor, das erste Saisontor auch für Morris Schröter. Überhaupt der Rechtsaußen mitgegangen und dann aus kurzer Distanz Lester Hiller keine Chance. Knapp eine halbe Stunde gespielt, 1860 war die bessere Mannschaft, doch das Tor fehlte. Debeki Rolu mit dem guten Ball auf Grimaldi, Kaga bekommt ihn nochmal, aber Brinkis mit der Doppelparade. Das 1 zu 1 eigentlich überfällig. Zwickau machte fast gar nichts nach vorne. Und wenn, dann wurde es immer wieder brandgefährlich. Lauberbach auf Schröter. Lorenz mit dem katastrophalen Eigentor. 34. Spielminute und das ist nicht zu erwarten gewesen. Glitschig der Ball, nass der Ball, dadurch schwer einzuschätzen und er macht das Eigentor. Wollen wir gar nicht mehr drüber verlieren, über diese Aktion. Unglaublich einfach. Und passend vielleicht für das Pech an diesem Tag für den TSV. Denn sie waren die bessere Mannschaft. Sie hatten die besseren Möglichkeiten, aber sie machten einfach nichts draus. Und die Verteidiger machten auch keine Eigentore. Dementsprechend wurde es noch schwerer. Und Kirin Moll, der hier an Brinkis abermals scheiterte. Stunde knapp von der Uhr. Es war ja noch genug Zeit. Doch langsam sollte der Anschluss her. Und Kirin Moll mit dem nächsten Schuss. Und wieder knapp vorbei. Es war alles in allem sehr ärgerlich, dass sie hier nicht zumindest schon mal das 1 zu 2 erzielen konnten. Und dann wurde Zwickau nochmal ein bisschen frecher König. Und der Abschluss von Lauberbach testet mal Hilla. Reagiert aber glänzend bei beiden Gegentoren. Kann man ihm keinen Vorwurf machen. Hier zeigt er seine Qualität. Hatte gegen KSC ja auch einen kleinen Bock drin. Aber der anschließende Eckstoß, da war dann auch eher machtlos. Leon Lauberbach in der 63. Spielminute. Mit dem perfekten Volley. Und das war dann die Vorentscheidung. 0 zu 3. Auch so gut 18,60 hier spielte es. Reichte fast von der Zeit eigentlich theoretisch gar nicht mehr. Kaga. Und dann müssen solche Dinger eben sitzen. Und das ist das einzige Manko an diesem Tag gewesen. Der Gastgeber. Die Chancen nicht verwandelt zu haben. Denn sie waren da in Hülle und Fülle. Es hätte hier locker 6-3 ausgehen können. Aber sie machten ihre Chancen nicht. Und Brinkis machte auch einen überragenden Job an diesem Nachmittag. Nochmal in der Nachspielzeit Kerin Moll auf Nico Kaga. Und auch das wieder sinnbildlich für diese Partie. Nicht mal ein Tor war den Löwen vergönnt. Und dieses 0 zu 3 ist fast aberwitzig, wenn man sich die 90 Minuten anschaut. Aber es steht nun mal am Ende da. 18,60 verliert mit 0 zu 3 gegen Zwickau. Die können sich glücklich schätzen mit Brinkis einen überragenden Keeper hinter zwischen den Pfosten zu haben. Und so entführen sie hier drei Punkte an der Grünwalder Straße. Gewinnen sie. Schauen wir kurz auf die Tore von der Partie Würzburg gegen Carl Zeiss Jena. Da machte Patrick Breitkreuz in der 19. Spielminute das 1 zu 0 für die Gastgeber. Das 2 zu 0 von Daniel Hegele bedeutete dann erstmal den Halbzeitstand Traumtor. Beide Teams straucheln hier aktuell. Jena verlor in einem spektakulären Spiel mit 4 zu 5 gegen Unterhaching. Würzburg kam über ein 0 zu 0 gegen Fortuna Köln nicht hinaus. In der 56. gab es dann sogar das 3 zu 0 für Würzburg. Fabio Kaufmann mit einem super Treffer. Und es war der Tag der Traumtore. Philipp Tietz machte noch den Ehrentreffer in der 2. 70. Spielminute. Es blieb dann am Ende beim 3 zu 1. Carl Zeiss Jena ist weiterhin sehr in Not. Und Würzburg festigt erstmal den Platz im Tabellenmittelfeld. Der Start für Wienwiesbaden war perfekt. Sören Reddemann nach drei Minuten stand er genau richtig und hielt den Fuß hin zum 1 zu 0 gegen die Sportfreunde Lotte. Und es ging gut weiter für die Gastgeber, die dann auch in der 24. Minute wieder nach einem Eckstoß das 2 zu 0 erzielt. Niklas Damsherr per Direktkopfball steigt er gut hoch, setzt sich in der Luft ab und setzt den Ball dann mit ordentlich Wucht zwischen die Pfosten. Da kann dann auch nichts mehr gehalten werden. Der war doch recht platziert. Doch es kam zum 2 zu 1 durch Tino Schmidt in der 39. Minute. Und Lotte erhielt nochmal Hoffnung. Auch das ein super Kopfball, der auch perfekt platziert war. Lange hielt die Freude nicht. Im zweiten Durchgang dann wieder Wienwiesbaden besser. Manuel Schäffler zum 3 zu 1 per Kopf. Auch wieder gut gesetzt. Sehr auffällig. Viele Kopfballtore an diesem Nachmittag. Aber auch das ist eben mal der Erfolg, der dadurch gebraucht werden kann. Es war aber noch nicht der Schlusspunkt in dieser Partie. Die Jubelstürme durften nicht zu groß werden. Und Lotte kam tatsächlich nochmal eine Viertelstunde vor dem Ende. Jaroslav Lindner mit dem 3 zu 2 in der 76. Spielminute. War aber tatsächlich der Schlusspunkt in dieser Partie. Wen setzt sich am Ende mit 3 zu 2 verdient durch gegen die Sportfreunde Lotte. Energie Cottbus gegen den KFC Oerding. Das bedeutet auch in dieser dritten Liga ein Aufsteiger-Duell. Auch wenn es tabellarisch sehr weit auseinander liegt. Oerding ja sehr weit oben in der Tabelle. Cottbus versucht gegen den Abstieg zu kämpfen. Nach 6 Minuten gab es die erste Möglichkeit der Partie. Die Krefelder hier mit einer starken Anfangsphase mussten auf den gelb gesperrten Stefan Aigner verzichten. Aftus Bahic war hier erstmal da und konnte den Ball gut parieren. Keine 10 Minuten gespielt und wieder der Gast aus Oerding. Beister mit dem Abschluss. Spahic aber wieder zur Stelle. Und es war eine richtig gute Anfangsphase der Oerdinger. Und sie waren auch vor der Pause nochmal gefährlich. Konrad mit der super Schussmöglichkeit. Scheuch mit dem Kopfball. Aftus Bahic der beste Mann der Cottbusser bislang in dieser Partie. Der hätte von Scheuch hier aber auch noch besser platziert werden können. Ging dann eben über den Kasten hinweg. Sonst wäre Spahic auch zur Stelle gewesen. Trotzdem gab es mal so eine halbe Möglichkeit. Aber interessanter in dieser Szene ist dieses Handspiel. Das man durchaus hätte pfeifen können. Es blieb aber die Pfeife stumm. Und so ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Und da war Cottbus erstmal etwas mutiger. Mamba mit der Flanke. Aber Vollert hat keine Probleme den abzufangen. Die Torchancen blieben weiterhin relativ rar. Wenn dann hatte Oerding welche. Und zwar durch Muskulus in dieser Situation. Da macht Spahic mal einen Fehler. Badet ihn aber selber wieder aus. Das muss man auch erstmal so machen. Der Abschluss ist gar nicht verkehrt. Aber auch eine tolle Parade von Aftus Bahic. Und Oerding war etwas mehr willig hier den Sieg einzufahren. Nochmal eine Möglichkeit, keine 25 Minuten mehr zu spielen. Beister nochmal. Beister. Aber der ging dann links am Kasten vorbei. Und auch wenn noch genug Zeit war eigentlich für beide Mannschaften hier. Mehr zu riskieren. Mehr zu investieren. Blieb es bei diesem torlosen 0 zu 0. Etwas enttäuschend unter dem Strich. Zwei spannende, zwei interessante Mannschaften. Die aber über dieses Remis ohne ein einziges Tor nicht hinaus kommen. Und damit werden dann am Ende beide leben müssen. Der KSC bewegt sich aktuell in den oberen Regionen der Tabelle. Und auch hier machten sie wieder eine richtig gute Partie. Und konnten sich nach 63 Minuten durch den Routinier Anton Fink dann auch endlich belohnen. Der hält hier die Fußspitze hin. Kevin Broll ist zwar noch dran. Kriegt die Arme aber nicht schnell genug hochgerissen. Und so stand es dann eben 0 zu 1. Ganz wenig später das 0 zu 2 Martin Röser in der 67. Spielminute Vorlage von Purié. Und dann aus kurzer Distanz letzter hier Kevin Broll. Abermals keine Möglichkeit irgendwas davon zu parieren. Super platziert dabei. Die Freude war logischerweise groß. Groß Asbach kam aber tatsächlich noch einmal dran. In der 88. Spielminute Jonas Meiser nämlich. Der den hier einfach mal trocken abzieht und aus dem Stand fast in den Winkel ballert. Es blieb aber bei diesem Resultat. Der KSC gewinnt weiter und ist damit weiter ganz oben in der Tabelle mit dabei. Moritz Hartmann machte im Spiel gegen den SV Madmen in der 38. Spielminute das 1 zu 0 für die Gäste in diesem Duell. Gegen den Abstieg war es eben der Routinier, der auch schon höher durchaus gespielt hatte, der das 1 zu 0 erzielen konnte. 83. Minute dann die Entscheidung von Nico Brandenburger. Klasse, satter Schuss aus ungefähr 16 Metern. Der Pass perfekt. Dabei blieb es dann am Ende. Fortuna Köln gewinnt mit 2 zu 0. Und nach langer, schmerzhafter Phase in der Liga können sie endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Im Ostseestadion war zum Abschluss des 17. Spieltages der VfL Osnabrück zu Gast. Und der Gastgeber gewinnt und gewinnt einfach ohne Ende. Hier hatten sie auch erstmal großen Mut nach vorne zu spielen. Engel auf Alvarez und Alvarez mit der starken Möglichkeit, aber Johannes Gelios war aufmerksam, parierte den und dann konnte er sich zurecht feiern lassen. Osnabrück war hier die spielbestimmende Mannschaft, aber zu selten kamen Möglichkeiten wie diese bei Raus und Wend war eben Gelios ein starker Rückhalt der Kogge. Eine halbe Stunde dann gespielt, das erste Mal Rostock so ein bisschen gewillt nach vorne zu spielen. Pepic, Königs, ging dann auch erstmal wieder raus. Dann nochmal der Ball nach außen. Suku bringt die Flanke. Biancardi, Rennecke, das ist alles ein bisschen zu wenig, was sie da machen. Rible, der Ball noch nicht geklärt, aber auch nicht so richtig vorm Tor. Dann die Flanke von Suku und dann war Körper da und schmiss sich auf den Ball. Das war keine gute Partie nach vorne vom FC Hansa Rostock. Aber man muss auch Osnabrück als Tabellenführer das Kompliment machen, richtig stark zu stehen da hinten in der eigenen Verteidigung. Vor der Pause dann nochmal die Möglichkeit hier für die Gäste. Guter Ball auf die Außen von Haider, dann der Flankenball von Engel. Und wenn sie eine Szene brauchen für diese Partie, dann war es eben diese. Diese missglückte Flanke und das hier war die beste Möglichkeit mit Abstand der ersten Halbzeit. Johannes Gelios konnte den Schuss von Alvarez aber parieren. So ging es dann mit 0 zu 0 in die Pause. Es war wirklich eine sehr enttäuschende Partie von zwei tollen Mannschaften, die man einfach besser erwartet hätte an diesem Montagabend zum Abschluss des 17. Spieltages eben. Jetzt wurde aber Osnabrück wieder mutiger, aber auch das wieder etwas sinnbildlich. Ich möchte diese Partie gar nicht schlechter reden als sie war, aber es gab zu wenig Tormöglichkeiten, als man hier wirklich was zeigen könnte. Alvarez aber mit diesem Ball dann mal auf Pfeiffer. Der bringt den Ball an Hüsing erstmal nicht vorbei, dann geht er doch in die Mitte. Dannenberg, Renecke wird auch nicht angegangen. Pepic dazwischen, kuriose Szene. Wannenwetsch ist dazwischen und klärt die Szene dann. Es gab einfach keine Tormöglichkeiten, weil keiner hier verlieren wollte. Das merkte man. Rostock als Heimteam eigentlich noch mehr dazu angehalten, was hier mitzunehmen, was einen Dreier angeht. Aber auch das klappte zu selten. Dieser Schuss von Marcel Hilsner war tatsächlich das Highlight der zweiten Halbzeit. Ein schlechter Tag von zwei Mannschaften, die deutlich mehr drauf haben. Zum Abschluss des 17. Spieltages eben ein torloses Remis geht dann unter dem Strich auch in Ordnung. Keiner der beiden Mannschaften hatte hier einen Dreier verdient gehabt. Für Aue ging diese Partie hier richtig schlecht los, weil Sagis Adamian in der 16. Spielminute das 1 zu 0 für die Gäste aus Regensburg erzielen könnte. Super Kopfball und die Anfangsphase oder allgemein die erste Stunde der Partie gehörte Regensburg. Sie konnten aber nicht nachlegen und dadurch kam es dazu, dass in der 80. Spielminute Pascal Testroth den Ausgleich erzielen konnte. Über die rechte Seite ist das ein guter Lauf, eine gute Flanke und da setzt sich Pascal Testroth eben durch im Kopfballduell. Da hat er den Torriecher mit einem Halbflugkopfball, setzt er den rein und nichts mehr dann zu halten für Philipp Pentke. Auch da war der Jubel schon groß, man verlor ja in der letzten Minute zuletzt gegen Bochum mit 2 zu 1 und hier hatten sie das Glück auf der Seite. In der 93. Minute war es Malcolm Kakutalua, der den Fuß einfach nur noch hinhält und das 2 zu 1 markieren kann. Aue gewinnt also gegen Regensburg am Ende deutlich zu schmeichelhaft mit 2 zu 1. Paraborn gegen Arminia Bielefeld, das Ostwestfalen Derby ist doch durchaus prestigeträchtig in dieser Region des Landes und es ging heiter los. In der 4. Spielminute war es Nils Seufert, der sich hier gleich mal die gelbe Karte abholt und zeigt, dass es für Bielefeld um einiges geht. Um drei Punkte sowieso, sie stehen nicht so gut in der Tabelle da. Die verdiente gelbe Karte gegen Nils Seufert beim Foul an Tepetai. Aber die Gäste waren hier gut aufgelegt und hatten die erste Riesenmöglichkeit, die 100%ige, die Staude einfach verwandeln muss. Was ist das für ein Kopfball, wie kann man den auch vorbeisetzen? Als Laie ist das dann irgendwie unverständlich. Doch weiterhin die Armeen, die spielbestimmende Mannschaft. Börner schützt mit der Übersicht, Weirauf steckt durch auf Klaus und der sieht Klos und der macht dann das 0 zu 1 in der 16. Spielminute. Klaus auf Klos und dann steht es eben 1 zu 0, verdient für die Gäste. Jetzt wurde Paraborn aber stärker, die sich erstmal zurückhielten in der Anfangsphase nach dem 5 zu 1 gegen Heidenheim. Vielleicht etwas overpaced hatten und dann hier nach schwacher Anfangsphase erst jetzt reinkam in die Partie. Philipp Klement, super Abschluss, tolle Parade aber auch von Stefan Ortega. Moreno setzt da alles rein, was er hat und kann sich zurecht feiern lassen. Vor der Pause gab es aber nochmal die Möglichkeit für die Gäste einen draufzusetzen. Schütz, Klos in die Spitze auf Hartherz und dann ist da Patrick Weirauch auch mit dem Kopfball. Ging dann aber vorbei und so stand es 0 zu 1 zur Pause. Paderborn wollte hier unbedingt ausgleichen. Vasiliadis, der eine überragende Partie machte gegen Heidenheim. Tepetai und dann Sven Michel. Und wieder ist es Ortega Moreno, der war super aufgelegt an diesem Nachmittag. Die Zeit lief so langsam davon, 20 Minuten war noch auf der Uhr. Michel lässt sich hier nicht feilen, hätte ansonsten eventuell den Strafstoß bekommen können. Der nächste Abschluss und wieder Ortega Moreno. Viertelstunde noch auf der Uhr. Riesendruck, Riesendruck und Riesenglück in dieser Szene. Nachschuss von Michel und wie Paderborn hier nicht den Ausgleich erzielen konnte, war einem als neutraler Zuschauer schleierhaft und es war einfach unglaublich. Und es gab nochmal eine Möglichkeit. In der 87. Sven Michel scheitert zum letzten Mal an diesem Tag. An Stefan Ortega Moreno, der definitiv der Matchwinner ist in dieser Partie. Absolut unverdient, absolut glücklich gewinnt Bielefeld durch das frühe Tor von Fabian Klos. Aber wenn man die Dinger nicht macht, ist man am Ende selbst schuld. Paderborn verliert 0 zu 1 zum Freitagabendauftakt gegen Bielefeld. Er ist derjenige, der es gegen Union Berlin frühzeitig hätte entscheiden können, den Dreier einzufahren. Wang He-Chan ist es hier, der das 1 zu 0 gegen die angeschossenen Schanzer machte. Und genau dieser Wang He-Chan machte auch die Entscheidung. 34. Spielminute, da fiel schon das letzte Tor des Tages. Danach passierte nicht mehr viel Ingolstadt trotz Trainerwechsel. Sehr schwach aufgestellt der HSV hingegen, bestätigt seine Spitzenposition, fährt den nächsten Dreier nach der kleinen Enttäuschung gegen Union Berlin ein und steht damit weiter ganz oben in der Tabelle. Der 1. FC Union Berlin immer noch ungeschlagen in dieser Saison empfing die Lilien aus Darmstadt und die mussten zuletzt eine Pleite gegen den 1. FC Köln hinnehmen. Jetzt kam sie eben hier mutig, aber trotzdem an die alte Försterei. Und die erste Möglichkeit führte auch zum 1. Tor. Slobodan Medujevic in der 9. Spielminute. Sein 1. Saisontreffer, aber sein Schuss noch abgefälscht von Trimmel. Somit zu kurze Reaktionszeit, sich noch umzuentscheiden für Giekewitz. Der kann dann nichts mehr machen. Und nur 10 Minuten vor der Pause nochmal die Darmstädter. Darmstädter, Boyd, Terence Boyd aus der Distanz, aber kein Problem. Diesmal konnte Giekewitz das Ganze bereinigen. Es war keine sonderlich gute Partie der Eisernen, die in der ersten Halbzeit wirklich Probleme hatten, unter Kontrolle dieses Spiel zu bringen. Doch im zweiten Durchgang wurde es zunächst nicht besser, weil die Darmstädter immer noch weiter besser spielten. Das ist Kempe. Und Kempe wird nicht angegriffen und macht das 2 zu 0. 54. Spielminute, sein 6. Saisontor. Und jetzt war scheinbar doch die erste Pleite der Saison für Union Berlin. Sehr nahe, doch lange brauchten sie nicht, um sich davon zu erholen. Dann kamen sie nämlich endlich mal vor das Tor und wurden endlich mal gefährlich. Und direkt trafen sie. 57. Minute, Sebastian Polter mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt waren sie wieder da. Es war noch über eine halbe Stunde zu spielen. Genug Zeit für einen Klub wie den 1. FC Union Berlin. Vor allem zu Hause, hier noch einen Treffer zu erzielen. Doch lange Zeit passierte nichts. Wir sind schon in der Schlussphase. Flanke von Hedl und das A. Kacki Gugia, der den Ausgleich erzielt, aber im strafbaren Abseits war. Sehen wir gleich nochmal. Da hielt der Jubel nicht lange an. Auch wenn das Stadion an der alten Försterei ziemlich in Ekstase gefallen war. Die Abseitsposition war korrekt. Nochmal ein Eckstoß. Diesmal Polter, diesmal Polter. Aber wieder wird einer noch den Spielverderber mimen. Diesmal ist es Rieder. Nochmal aber ein Eckstoß. Wieder von der Seite. 93. Minute, Trimmel und wieder Hoyer Fernandes. Es ist unglaublich gewesen. Doch der anschließende Eckstoß sorgte nochmal für Gefahr. Tatsächlich. Akaki Gugia mit der Flanke. Da ist auch Giekewitz in der Nähe. Aber Ken Reichel ist derjenige, der das Ding reinmacht. 95. Spielminute. Einen besseren Zeitpunkt für das erste Saisontor. Hätte er sich nicht einfallen lassen können. Der linke Verteidiger. 2 zu 2 in der letzten Spielsekunde. Danach war Schluss. Der 1. FC Union Berlin erkämpft sich in der Schlussphase nicht unverdient. Hier noch das 2 zu 2. Bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Gegen den HSV auch schon in der Schlussminute das Ausgleichstor erzielt. Diesmal war es noch später. Die Nachspielzeit war ja schon abgelaufen. Aber diese Eckballstaffette hier jetzt führte im letzten Atemzug zum Ausgleich. Darmstadt ist bedient. Kann sich ärgern, das nicht über die Zeit gebracht zu haben. Und Union Berlin sichert sich eben diesen Punkt und wird damit extrem zufrieden sein. Dieses Spiel im reinen Energiestadion kann man schon als Topspiel bezeichnen. Der 1. FC Köln empfing. Die Spielvereinigung Greuther Fürth, die zuletzt gegen Magdeburg in der letzten Minute noch den Dreier mitnehmen konnten. Gute moralische Leistung. Hier hatte die erste Möglichkeit. Aber der Gastgeber Dominik Drexler ist das nach 6 Spielminuten. Mit dem Schuss, der dann aber doch relativ weit und deutlich über den Kasten gegen Risse bereitet das mit der Hake vor. Aber der Abschluss ist dann zu harmlos. Weiterhin aber die Gastgeber besser in der Partie. Greuther Fürth versuchte nur zu verteidigen. Lange klappte das auch. Dann aber mal dieser Ball von Burchard Drexler auf Cordoba mit dem 1 zu 0. Aber der Jubel hielt nicht sonderlich lange an, denn das war abseits. Burchard, was macht er da überhaupt? Dann ist es einfach Glück, dass Cordoba da den Schritt in der verbotenen Zone steht. Zur Pause stand es 0 zu 0. Eine durchwachsende erste Halbzeit im zweiten Durchgang. Sollte es dann aber doch noch besser werden nach vorne. Köln hatte die Möglichkeiten jetzt in Führung zu gehen. Das ist Luis Schaub. Wird da nicht richtig vom Ball getrennt. Nimmt sich dann auch den Abschluss. Aber Sascha Burchard nimmt den Ball an. Haltet ihn fest in seinen beiden Armen. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Lange Atempause in dieser Partie. Und dann Fürth. Einmal vorm gegnerischen Tor. Keita Ruell, Mohr und Julian Green mit dem 0 zu 1. Sein zweites Saisontor. Und unverdienter kann eine Führung eigentlich nicht zustande kommen. Timo Horn kann da nichts mehr machen. Und wie aus dem Nichts führte die L von Damir Buric plötzlich eben mit 1 zu 0. Zehn Minuten waren noch zu spielen. Zumindest das 1 zu 1 wäre hier doch drin. Der 1. FC Köln versuchte es. Terodde setzt sich durch. Terodde auf Cordoba. Der trifft nur das Außennetz. Ärgerlich in dieser Szene. Und Gräuter Fürth war kurz davor hier den Riesen-Coup zu Land. Nach dem 8 zu 1 von Köln gegen Dresden hier zu Hause wollte man eigentlich die nächste Feier abhalten. Aber zu Hause tun sie sich im Regelfall etwas schwieriger. Und das sah man hier. Trotzdem gab es nochmal die Möglichkeit. 89. Spielminute. Marcel Risse legt sich den Ball hin zum Freistoß. Sehr gute Position. Guganich sah auch noch gelb. Der Freistoß ist nicht schlecht. Aber Buric hat es da. Fängt ihn ab. Trotzdem nochmal eine Möglichkeit. Der 1. FC Köln das 1 zu 1 muss hier eigentlich fallen. Schau auf Terodde. Auch er trifft nur das Außennetz. Und das war es dann tatsächlich. Eine unglaubliche aber witzige Partie. Endet mit 0 zu 1. Der 1. FC Köln hat eigentlich alles richtig gemacht. War einmal unachtsam. Und traf vorne einfach nicht das Tor. Unglaublich bitter für den 1. FC. Es wird weitergehen. Und das war hier einfach unglücklich. Der 1. FC St. Pauli empfing am Samstagmittag am Millantor-Stadion. Die SG Dynamo Dresden und die Gastgeber waren hier gut aufgelegt. Kassierten gegen Regensburg. Einen späten Ausgleichstreffer. Jetzt zu Hause wollte man wieder gewinnen. Aber Sammy Alagui scheiterte hier erstmal am Ex-Paulianer Sören Gonter. Der Hartmann vertrat. Der etwas angeschlagen aus der letzten Partie rausgegangen ist. Und machte seinen Job hier in der Anfangsphase sehr gut. Doch der Gastgeber war weiterhin die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Knoll auf Möller. Dilli. Der hat den Abschluss. Aber Schubert hält den Ball fest in seinen Händen. Und somit kein Problem. Dann wurde Dresd mal gefährlicher. Erstmal Knoll mit der Grätsche. Kann aber nicht richtig geklärt werden. Kreuzer gewinnt das Kopfball-Duell gegen Duziak. Flanke von Ebert und Baris Artig nimmt das Risiko an. Kann sich aber nicht mit dem Treffer schmücken. Gute Aktion, aber im Endeffekt deutlich zu harmlos. St. Pauli war aber weiterhin die bessere Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang sah es so aus. Aber viele Möglichkeiten spielten sie sich auch nicht heraus. Sammy Alagui auf Richard Neudecker. Ist im Strafraum. Legt den Ball zurück. Und Knoll dann in der 70. Minute mit dem Torschuss. Mit der Tormöglichkeit. Aber es war wirklich im Großen und Ganzen eine sehr chancenarme Partie. Wenn, dann waren es mal die Gastgeber, die gefährlich wurden. Sammy Alagui sehr auffällig. Am heutigen Tag vielleicht der auffälligste. Und dann mit diesem Geniestreich in der 77. Drittes Saisontor. Und ja, etwas glücklich. Da springt noch Neudecker über den Ball. Schubert ist irritiert und kann nichts mehr parieren. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Sie wollten jetzt die Entscheidung. Bubala mit der Flank. Und da ist Henk Fehrmann. Und der machte dann auch die Entscheidung. 84. Spielminute. Es war alles klar. Das sechste Saisontor des Neuzugangs aus den Niederlanden. Auch gegen Regensburg hat er ja schon getroffen. Hier setzt er sich mit seiner Kopfballstärke durch. Und macht das 2 zu 0 für den FC St. Pauli. Klar geht unter dem Strich auch in Ordnung. Dresden machte für eine Auswärtspartie einfach zu wenig in der Defensive. Der MSV Duisburg empfing Holstein Kiel. Und in der 59. Spielminute machte Kingsley Schindler das 1 zu 0 für die Gäste. Da ist er viel zu freistehend. Tunnelt dann zu allem Überfluss noch Daniel Mesenhöhler. Der aber in der Szene vollkommen aus der Verantwortung zu nehmen ist. Das ist einfach unglücklich. Mit Schindler hätte einfach einer mitgehen müssen. Hatte ja auch schon in der vergangenen Woche getroffen. Jetzt war es aber zum Schluss nochmal eine klasse Drangphase. Fröde hier mit dem Abschluss, dass das 1 zu 1 hätte bedeuten können. Aber das war es nicht. Aber in der Schlussphase nochmal die Möglichkeit. Ilyuchenko. Aber Kenneth Kronholm hält in dieser Situation das 1 zu 0 für die Gäste fest. Sehr glücklich am Ende für die Störche hier den Dreier eingefangen zu haben. Aber sie gewinnen in der Schauensland Reisen Arena mit 1 zu 0. Der 1. FC Heidenheim konnte sich durch Nikola Dovedan in der 24. Spielminute beim SV Sandhausen für eine sehr gute Anfangsphase belohnen. Ein schöner Treffer aus kurzer Distanz, wo Lomp einfach keine Chance hat noch zu reagieren. Aber der SV Sandhausen stach nach der zweiten Halbzeit zu. Jesper verladt der Innenverteidiger, steht auf dem zweiten Pfosten relativ blank, hält nur noch den Fuß hin und macht dann eben den Ausgleichstreffer in der 52. Spielminute. Kevin Müller kann da nichts mehr machen, hätte ein Verteidiger einfach dran sein müssen. Teuerkauf kommt aber zu spät und es gab noch das 2 zu 1 wenig später. 55. Minute Andrew Wooten zieht einfach mal ab aus knapp 16 Metern mit voller Wucht. Ist auch da wieder für den Schlussmann der Heidenheimer nichts zu verteidigen. Die Freude war groß, der Jubel durchaus wichtig in dieser Phase für den SV Sandhausen. Man muss wieder Punkte sammeln, doch es gab nochmal Möglichkeiten für die Gäste zum Ausgleich. Erst hier eine überragende Parade von Lomp und dann Schnatterer mit dem Nachschuss auch ganz knapp, wie er hier scheitert. Und auch hier die letzte Möglichkeit reichte nicht. Sandhausen gewinnt. Der VfL Bochum war oft in der Saison bislang davon geprägt, in den späten Minuten der Partie noch Punkte herzuschenken. Jetzt konnten sie durch Tom Weiland in der 93. Minute gegen Aue noch einen Dreier einfahren. Hier hatten sie die erste Halbmöglichkeit. Das ist Hinterseer nach 14 Spielminuten mit dem Kopfball, der aber nicht wirklich für Gefahr sorgen konnte. Magdeburg kassierte auch zwei späte Gegentreffer, stand am Ende mit Nullpunkten da gegen Gräuter Fürth. Jetzt war es hier Hogland mit dem Fehler und Christian Beck mit dem 1 zu 0 für die Gastgeber. Der erste FC Magdeburg lebt von seinen Toren und auch wenn man das nicht gerne hören wird als Magdeburg-Fan. Man hat schon so oft geführt in dieser Saison. Am Ende kommen einfach zu wenige Siege dabei rum. Halbe Stunde knapp gespielt der VfL Bochum mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Chung Yong Lee, aber über den Kasten hinweg. Es war etwas schmeichelhaft, diese Führung für die Gastgeber. Aber Bochum machte eben zu wenig aus ihren Tormöglichkeiten. Das war dann hier eher ein Verzweiflungsakt. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Es ist fast eine Stunde gespielt. Dann wieder der VfL und die L von Robin Doot wurde jetzt stärker, auch wenn das hier erstmal von Sam richtig schwach war. Miserable Flanke, doch jetzt wurden sie gefährlich. Die letzten 20 Minuten liefen bereits. Tesche, Hinterseer, Tesche, super Tor und der verdiente Ausgleich. 20 Minuten vor dem Ende, viertes Saisontor für Robert Tesche. Traumtor, nicht sein erstes Traumtor, das er in dieser Saison erzielt. Und der VfL Bochum wollte es jetzt komplett umbiegen. Das ist Müller. Erdmann mit dem Fehler. Hinterseer erobert ihn. Chung Yong Lee ist das. Chung Yong Lee auf Lukas. Hinterseer 1 zu 2. Die Partie war innerhalb von 5 Minuten gedreht. Das neunte Saisontor für den Österreicher und die verdiente Führung für die Gäste. Wollten sie jetzt hier den nächsten Dreier mitnehmen? Erstmal war Magdeburg darauf angelegt. Hier nochmal was nach vorne zu tun. Das ist Felix Lohkemper. Macht er aber zu wenig draus aus dieser Situation. Ist natürlich auch ein spitzer Winkel, aber irgendwie hätte das doch gefährlicher werden müssen. Sie kamen aber einmal noch. Back mit dem guten Ball. Wieder Felix Lohkemper. Felix Lohkemper gegen Manuel Riemann. Dann behält er diesmal die Nerven und macht noch den späten Ausgleich. Dritte Saisontor für seine Wenigkeit. Und jetzt kassiert der VfL Bochum wieder den späten Treffer. Steht am Ende mit nur einem Punkt. Da der 1. FC Magdeburg muss trotzdem auf den ersten Heimsieg warten. Trotzdem unter dem Strich müssen sie damit zufrieden sein. Durch das späte 2 zu 2 nehmen sie hier einen schmeichelhaften Punkt mit. So, das war die Prognose zum 15. bzw. 17. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss. Bis zum nächsten Mal.